Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und eigentlich sollte dieses Video ursprünglich mal ein Dual Bash Video werden, allerdings haben wir es damals versaut die Audiospur aufzunehmen oder irgendwas ist da gewesen, deswegen hat das Ganze nicht geklappt. Aber gut, jetzt werde ich dieses Video einfach dazu benutzen, um euch mal meine Meinung zum Patch, zum neuen Battlefield 3 Patch zu erzählen. Da muss ich ja sagen, mittlerweile ist das auf allen Plattformen angekommen, die Xbox hatte ein bisschen Verspätung, PS3 kam zuerst, der PC, ich glaube ein Tag später, Xbox eine ganze Ecke später. Aber mittlerweile ist der Patch auf allen Plattformen da, man kann aber vermuten woran das gelegen hat, entweder ist da Microsoft besonders pingelig beim Zertifizieren von irgendwelchen Patches, vielleicht auch besonders langsam, man weiß es nicht. Was man schon gleich mal dazu sagen muss, es funktioniert nicht alles was angeboten wird, also jetzt mal auch in Bezug auf die Server und sowas, Ihr wisst ja, ich bin ein großer Battlefield 3 Fan, allerdings hat sich das sowohl von dem wie es funktioniert, als auch gameplaytechnisch mit diesem Patch vielleicht ein bisschen geändert. Ja, hat sich eigentlich geändert. Es spielt sich anders da. Aber wir fangen mal ganz von vorn an, erstmal die ganze Servergeschichte. Ganz großes Problem dabei ist natürlich, dass wenn man gut spielt, dass man von 90% der Server gekickt wird. Nächstes Problem ist, dass wenn man über Quickmatch geht, man auch auf nicht offizielle Server kommt. Das ist natürlich ein saugroßes Problem, man hat eine gute Runde, wird gekickt, für den Arsch, ja, ganz ehrlich, richtig für den Arsch. Laut EA ist es nicht erlaubt, irgendwelchen Sachen zu verbieten auf Ranked Server, also ich darf nicht sagen, hey wer Usas benutzt, wird gekickt oder sowas in der Richtung, ob ich hier gesprayt werde, ohne Ende. Also man darf beispielsweise nicht sagen, hier keinen Usas benutzen, sonst Kick, das ist gegen die Regeln von EA, wenn man einen Server mietet. Allerdings, vermute ich einfach mal, wird das auch keiner durchsetzen. Ach genau, das war meine NoobTube-Runde hier, jetzt kann ich mich wieder daran erinnern. Ich gehe mal stark davon aus, es wird keiner irgendwie Server vom Netz nehmen, bloß weil die irgendwelche Regeln verletzen. Ich denke, da kann man frei machen, was man will. Diese Regeln für Serverbetreiber, die EA da vorschreibt, so nach dem Motto, für Ranked Server keine Waffen verbieten, sind zwar da, aber ich denke mal, letztendlich werden sie keine Sau interessieren und sie wird auch keiner durchsetzen. So, also wie gesagt, man wird halt einfach gekickt von Server, wenn man gut spielt. Problem halt auch, dass diese Server dann im Quick-Match auftauchen, das ist eigentlich ein ganz großes Problem, das ist eigentlich richtig von Arsch, wenn man ehrlich ist. Das ist ein unglaublich großer Frustfaktor, diese ganze Geschichte. Der Server-Browser an sich, wunderbar, habe ich ja eh lieber benutzt als die Quick-Match-Geschichte. Allerdings, Problem beim Server-Browser ist, es gibt zwar unten dieses Häkchen, ähm, jetzt habe ich hier gerade meinen Plop-Schutz etwas verrückt, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ähm, das Problem ist, ähm, beim Server-Browser einfach nur, dass es zwar unten so ein Häkchen gibt, liste offizielle EA-Server, es listet aber nicht die offiziellen EA-Server. Zumindest nicht nur. Ja, und der offizielle EA-Server verstehe ich welche, die nicht von Spielern gemietet werden. Ja, und das ist halt einfach so ein bisschen problematisch. Ich hätte gerne eine Liste, wo ich die alten Server, die alten EA-Server mir auflisten lassen kann und darauf spielen. Und darauf besteht keine Möglichkeit, dass mich irgendein Admin, bloß weil er heute irgendwie schlecht geschlafen hat, weil er seine Freundin dann nicht mehr gefickt hat, was er mich dann da verunterschmeißt. Natürlich, ich weiß, ich habe meinen eigenen Server, darauf spiele ich ja auch gerne. Allerdings möchte ich auch gerne mal so ein bisschen woanders da rumhüpfen. Nicht nur bei mir, ein bisschen umgucken. Ein bisschen Noobs bashen auf anderen Servern, keine Ahnung. Das kann es zumindest nicht angehen, dass man über Quick-Match einen Server joint und nur, wenn man halbwegs gescheit spielt, gekickt wird. Das ist ein sehr großes Problem, wo auf jeden Fall Nachholbedarf besteht, weil so geht das überhaupt nicht. Das ist absolut indiskutabel, das geht so nicht. Es gibt auch wenige offizielle Server, vielleicht nur so als Tipp, wer einen offiziellen Server sucht, also die Dinger, wo man früher immer die ganze Zeit drauf gespielt hat, der kann in der Serversuche nach DICE suchen, dann findet man da meistens ganz gut Server, oder nach Server 1, da findet man auch welche, oder nach PRG, das waren die Dinger, die es früher gegeben hat. Da findet man dann eigentlich die offiziellen Server, da kann man die auch schön sortieren. Problem ist halt, man kann sie in dieser Suche wiederum nicht nach Spielmodus oder sowas in der Richtung sortieren, also auch ein bisschen doof, aber man kann durchscrollen, findet recht schnell einen Server, den man haben möchte. Nächstes Problem ist, offizielle Server, also die DICE heißen, Server 1 oder PRG, dann irgendeine Zahl, die kann man nicht zu den Favoriten hinzufügen. Das heißt, ich muss jedes Mal, man kann übrigens auch keine Suchergebnisse oder keine Suche speichern, man muss jedes Mal den Serverbrowser aufmachen, in die Suche gehen, DICE eingeben, Server 1 eingeben oder PRG eingeben und durchscrollen. Ja, das merkt sich das Gämlich, auch extrem nervig, extrem nervig. Wie gesagt, mich persönlich betrifft das jetzt relativ wenig eigentlich, ich sag dir das bloß mal aus allgemeiner Sicht, wenn ich Bock habe, kann ich auf meinem eigenen Server spielen, da sind wir allerdings auch schon wieder beim nächsten, das funktioniert ja auch nicht alles. Also die VIP-Listen funktionieren schon mal gar nicht, das ist eigentlich dafür gedacht, dass Leute, die auf dieser Liste stehen, automatisch die Warteschlange überspringen können und in den Server kommen, kann man Leute eintragen. Der Admin selbst sollte da eigentlich schon standardmäßig eingetragen sein, ist er nicht, aber selbst wenn ich mich da selbst dazu eintrage, funktioniert es nicht. Diese VIP-Listen sind kaputt. Das heißt, selbst als Server-Admin muss man theoretisch in einer Zehner-Warteschlange stehen, um auf seinen Server, den man selbst bezahlt, draufzukommen. Ist natürlich sinnlos. Nächster Punkt ist, natürlich kann ich dann einfach in die Spielerauswahl gehen und Leute vom Server kicken, bis Platz ist, dass ich draufkomme. Ist auch ein bisschen doof. Man sieht kaum Informationen über diesen Spieler, sondern nur den Namen. Also sprich, ich sehe nicht, ob er Defender-Attacker ist, mit wie vielen Punkten und sonst was. Das heißt, theoretisch kann ich jemanden unwissentlich rauskicken, der eine super Runde hat und ihn richtig anpissen, dadurch, dass ich es halt nicht sehe in dieser Liste. Der nächste Punkt ist, vom Dashboard aus, also sprich, bevor ich im Server drinne bin, und was ich ja machen muss, ich muss ja Leute kicken, dass ich überhaupt draufkomme, weil die VIP-Geschichten nicht funktionieren. Da wäre halt da nur einer gekickt. Ich muss erstmal wahllos Leute kicken. Und das Problem ist, aus dem Dashboard kann man nicht kicken. Das funktioniert nicht. Ich kann bloß aus dem Dashboard bannen. Das heißt, ich muss jedes Mal da reingehen in die Spielerliste, wenn ich in meinem Server, den ich bezahle, joinen möchte, muss ich erstmal fünf Leute bannen, danach wieder von der Bannliste runternehmen, weil eigentlich wollte ich sie ja gar nicht bannen, sondern bloß kicken, dass ich auf meinen Server draufkomme. Und danach hoffen, dass jetzt nicht schon wieder neue Leute nachgejoint sind, dass ich rein kann. Also für hochfrequentierte Server, was meiner cooler Weise ist, für einen Arsch, ganz ehrlich. So, ich glaube, das war jetzt so ziemlich alles, was ich über Server sagen wollte. Also da, es ist noch sehr, sehr, sehr wackelig alles. Wie gesagt, das ist alles nur PS3 und Xbox, was ich jetzt erzähle. Serverpreise an sich finde ich ein bisschen hoch, aber das ist ein anderes Thema. Also, naja. Also, gut, dass es drin ist. Umsetzung noch optimierbar, noch optimierfähig. Sag ich mal dazu. Nächstes Problem ist natürlich, jetzt muss ich mal exklusiv was von der PS3 reden. Anti-Eliasing an oder Anti-Eliasing aus. Okay, man kann sich einbilden mit Anti-Eliasing aus. Ist das Input-Lag etwas geringer. Und ich sag's nochmal. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, hey, ich spiele auf der PS3. Ich habe keinen Input-Lag. Leute, ihr merkt's einfach nicht. Ihr habt so einen großen Brain-Lag, Leute. Das ist ein geiles Wort. Die das nicht merken. Da kann ich euch auch nicht helfen. Das geht nicht. Es ist halt einfach so. Und egal, ob Anti-Eliasing an oder aus. Das Game hat auf der PS3 nach wie vor ziemlich dicken Input-Lag. Führt in Kombination mit den Änderungen im Patch dazu, dass man auf der PS3 verdammt schwer trifft. Wirklich verdammt schwer trifft. Man kann auch nicht mal, wenn man einen Gegner hinter der Ecke hinterherrennt, den gescheitert. Das geht nicht. Das ist verdammt schwierig. Wirklich. Das ist richtig eklig. Auf der Xbox ist es genauso eklig. Jetzt kommen wir auch gleich zu den nächsten Änderungen. Allerdings fällt da der Input-Lag weg. Oder er ist zumindest bei Weitem nicht so stark vorhanden, wie es auf der PS3 ist. Also das hat es nicht wirklich großartig geendet auf der PS3. Es fühlt sich auf der PS3 immer noch unglaublich schwammig an. Das Game ist immer noch so. Trotz Anti-Eliasing aus. Ich habe es mit beiden probiert. Ich habe es mit meinem Adapter probiert, wo ich mit dem Xbox-Controller auf der PS3 spiele. Und mit dem PS3-Controller. Das Spiel ist einfach im direkten Vergleich richtig eklig schwammig. Man ist überhaupt nicht Herr der Lage. Und das ist halt in so einem schnellen Spiel auch ein großes Problem. Also das haben sie nicht auf die Reihe gekriegt, das zu fixen. So. Jetzt kommen wir mal zu den Ingame-Änderungen. Diese Geschichten von wegen, dass die Usas, die Splitter-Munition, so nicht mehr so stark ist. Super. Farmer ist weniger Schuss. Super. Habe ich überhaupt keine Probleme damit. Wirklich. Das ist super. Also gegen viele Änderungen habe ich gar nichts. Die werde ich jetzt auch nicht alle auflisten. Es gibt so ein paar Probleme, die mir noch aufgefallen sind, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt Features sind, ob das, ja, also wirklich so gewollt ist, ob das ein Bug ist oder keine Ahnung, ob die sich einfach nicht genug Gedanken gemacht haben. Erstens muss man sagen, diese Unlock-Kits, die es gibt, ja, ich gestehe, ich habe mir das Recon-Unlock-Kit gekauft, weil ich keinen Bock habe, diese Klasse mal zu spielen, äh, durch die Dings hier alles frei zu spielen. Ich wollte mir das aber mal angucken, habe ich mir gekauft. Es unlockt auch alles bis auf die Attachments, das soll es, glaube ich, auch gar nicht, und die Back-to-Kart-Kant-Waffen, obwohl die Beschreibung eindeutig sagt, es werden alle klassenspezifischen Waffen und da sind die Back-to-Kart-Kant-Waffen auch unlockt, werden sie aber nicht. Sollte man vielleicht mal erwähnen, dass die Leute sich das nicht kaufen und wundern sich dann, wann das für ein Scheiß. Als nächstes ganz großes Problem, und das ist Game-Breaking, meiner Meinung nach, das Problem ist das neue Suppression-Feature. Also wie gesagt, Suppression gibt es ja schon die ganze Zeit. Das ist, wenn einer auf euch schießt und daneben schießt und sonst was, dass man so ein bisschen diesen Tunnelblick kriegt und halt schlechter sieht. Ich finde eigentlich, es hat voll und ganz ausgereicht, wenn man es so macht, wie es vorher war, dass man schlechter sieht. Man trifft schon gar nicht gescheit. Das Problem ist jetzt, dass das Suppression-Feature, wie es jetzt ist, auch noch dafür sorgt, dass man nicht mehr dahin schießt, wo man dann hin zielt. Ja, Realismus hin oder her, das ist ein Spiel, da geht es nicht um Realismus, da geht es um gute Spielbarkeit. Und das macht das, das ist meiner Meinung nach wirklich Game-Breaking. Ich schieße nicht mehr dahin, wo ich ziele. Und das ist ein verdammt großes Problem. Ja, also mittlerweile räumt man durchaus mehr ab mit LMG irgendwo in die Richtung sprayen, anstatt wirklich gezielt mit dem Assault-Trival was killen. Ist leider so. Das ist in Gruppengefechten noch gar nicht mal so wild. Da kann man jetzt vielleicht sogar sagen, hey, okay, das bietet ja eine taktische Möglichkeit, ist sogar ganz sinnvoll. Lass ich gelten, die Meinung. Es gibt ein Problem, wo aber allerdings, was man nicht wegdiskutieren kann, ist, dass durch dieses neue Suppression-Feature einfach Eins-gegen-Eins-Kämpfe der pure Zufall werden. Ihr müsst euch das so vorstellen, es stehen sich zwei Leute gegenüber, Assault-Trival, legen an und schießen. So, die treffen sich dann auch mal und schießen ein bisschen einander vorbei. Das führt dazu, dass beide suppressed sind und beide nicht mehr dahin treffen, wo sie hinzielen. Das heißt, es wird extrem zufällig, extrem random, wer diesen Kampf gewinnt. Und ganz ehrlich, Zufall ist der größte Feind guter Spielbarkeit. Und habe ich schon öfters gesagt, das ist komplett für den Arsch. Das ist mal richtig komplett für den Arsch. Das ist absolut Game-Breaking, dieser Change. Oh, geiler, geiler, geiler Deutsch-Englisch-Satz. Komplett für den Arsch, ganz ehrlich. Macht es in manchen Situationen oder in großen Teilen für mich komplett unspielbar. Diese eine kleine Änderung. Danach gibt es immer noch Probleme, beispielsweise beim Wiederbeleben. Kennt ihr ja das Problem vorm Patch. Man steht vor einem davor, der Tote ist defibrilliert, den wie verrückt, dann passiert einfach nichts. Das Problem gibt es immer noch. Also es gibt immer noch Kameraden, die man nicht... Kameraden ist auch so ein geiles Wort. Da stehen die Bundeswehrjungs immer total drauf, ne? Ich weiß, dass mir noch einige zugucken. Daher, dass man hier seine Kameraden nicht wiederbeleben kann mit dem Defibrillator. Das funktioniert halt einfach nicht so richtig. Die liegen manchmal halb in der Mauer, dann geht das nicht. Manchmal liegen sie auch einfach nur da und verschwinden, wenn man drüber läuft und so komische Dinger. Muss sagen, so zu 80% geht es, 20% geht es nicht. Teilweise auch sehr frustrierend, wenn man fünfmal versucht, einen wiederzubeleben und verreckt dann wegen dem komischen Bug. Ich weiß nicht, wie sie das von Bad Company 2 auch so versauen konnten, denn das hat da immer funktioniert. Ganz ehrlich, ich habe mich einmal in die Luft wiederbelebt in Bad Company 2, ohne dass der Typ da wieder aufgestanden ist. Klar, in Bad Company 2 war es ein bisschen übertrieben schon. Man konnte durch die Wand wiederbeleben teilweise. So muss es ja auch nicht sein. Allerdings, das ist immer noch sehr, ja, ein bisschen random einfach, wann das Wiederbeleben klappt und wann nicht. Das ist auch, das ist auch ein kleines Problem. Nicht so wild, war vorher auch schon so, ist sogar jetzt ein bisschen besser. Hier klappt es halt immer schön, obwohl es vor dem Patch ist. Jetzt kommt übrigens, da kann ich mich noch dran erinnern, hier kommen jetzt gleich ein paar Szenen, wo das Wiederbeleben nicht klappt, kann ich mich noch dran erinnern. Der Kaboom kommt jetzt vor mir in den Gang. Das Gameplay ist schon einen Monat her oder so, ich weiß es immer noch. Und jetzt kommt gleich irgendwann eine Szene, wo ich hier nicht mehr wiederbeleben kann. Man sieht hier in diesem Video sehr schön das alte Suppression Feature. Das heißt, guck hier, man kann ihn nicht wiederbeleben. Und diese Probleme gibt es nach dem Patch immer noch. Wie gesagt, das Gameplay ist vor dem Patch. Das Suppression Feature, man sieht, vor dem Patch hat sich das alles einfach ein bisschen, die Sicht verschwommen und so. Man hat aber im Großen und Ganzen noch dahin getroffen, wo man hinschießt. Und das reicht, finde ich. Seine Suppression Feature ist ja okay. Man wird angeschossen, man wirft sie hin, die Sicht verschwimmt. Man hat eigentlich gar keine Chance, aus der Deckung aufzustehen und dann direkt irgendwie, ja, hier guck, da Bugs wieder. Also übrigens nach dem Patch immer noch so aus der Deckung aufzustehen und einzutroffen wegen der verschwommenen Sicht. Ich finde, das ist der totale Overkill. Das haben sie total übertrieben, dass man denn jetzt wirklich gar nichts mehr trifft, wenn man so pressed ist. Also das ist einfach, das braucht es nicht. Das braucht es nicht. Map-Änderung an sich finde ich eigentlich ziemlich cool. Was sie da so gemacht haben, beispielsweise, dass man bei Grand Bazaar, dass man schon den Panzer in der Station früher kriegt, dass man auf Sharky am Anfang jetzt ein Heli hat und sowas in der Richtung. Das ist absolut in Ordnung. Dann gibt es noch eine Sache, wo ich nicht weiß, ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ist das, ach so, ja übrigens, die Heatseeker-Missiles bei den Chats funktionieren nicht mal so richtig. Also angeblich, ich habe es nicht ausprobiert, aber angeblich nehmen die Chats keinen Schaden mehr, wenn man da mit drauf schießt. Also auch ganz toll. Ja, wie gesagt, die Sache, die ich festgestellt habe, ist, dass selbst, wenn man Panzer jetzt auf 100% repariert, dass die Panzer dann trotzdem weiter brennen. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, ob das nicht so sein soll, weil es gibt doch, glaube ich, gar keinen Feuerlöscher für Panzer, oder? Also der Sinn erschließt sich mir jetzt irgendwie nicht, warum das so ist. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Bug. Könnt ihr ja mal schreiben, ob euch das auch aufgefallen ist. Und allgemein, schreibt mal bitte, was ihr zu dem neuen Battlefield 3 Patch denkt. Denn wie gesagt, das ist ja immer nur meine Meinung, wie ich die Sache sehe. Vielleicht sagen ja manche anderen, hey, das neue Suppression Feature ist ja richtig geil, ich stehe da drauf, dass ich nichts mehr treffe. Weiß ja nicht, kann ja auch sein. Gibt ja so Leute vielleicht, ne? Wie gesagt, also das Panzer brennen, weiter brennen, obwohl sie 100%ig repariert wurden, ist mir aufgefallen. Allgemein, halten Panzer ein bisschen weniger aus, wobei sich das eigentlich halbwegs in Grenzen hält, finde ich. Wir haben ja auf Twitter vorhin gerade gelesen, was ich am Anfang gesagt habe, hey, mit dem Patch hat sich ja kaum was verändert. Könnt ihr alles vergessen? Ich hatte gar nicht den richtigen Patch geladen zu dem Zeitpunkt. Also der Patch ist mir oder wäre jetzt bescheuert. Ist ein anderes Thema. Also ich habe ja, im Forum wird ganz oft geheult, hier hat es ja wieder reingesprayt, im Forum wird ganz viel rumgeheult, im offiziellen Battlefield Forum, dass die Panzer viel weniger aushalten. Ja, ist so, aber muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so, wenn ich so ein Main-Battle-Tank habe, mit Reactive Armor dran, also, so schnell ist der auch nicht kaputt. Der ist vielleicht einen Tick zu schnell kaputt, besonders wenn man von hinten getroffen wird. Allerdings, es geht. Es geht. Es ist halb zu wild. Was ich ein bisschen schade finde, ist eigentlich, dass die Effektivität der Kanone gegen Infanterie irgendwie gesenkt wurde. Der muss ganz ehrlich sagen, die hat ja eh schon kaum was gekillt und jetzt killst du damit gar nichts mehr. Gar nicht. Auch der Spread, der, wie heißt diese Shotgun für den Panzer, die, mir fällt es nicht ein, Canister-Shell, genau, die Canister-Shell hat auch ein bisschen weniger Spread, habe ich das Gefühl. also allgemein ein bisschen, ein bisschen Tanknerv eigentlich. Also ein bisschen, ein bisschen Panzerfahrzeuge, also der LRV und der ALV und so, das geht eigentlich immer noch ganz okay. Muss ich sagen, Panzer sind vielleicht ein bisschen schwach jetzt irgendwie, sind ein bisschen schwach. Aber ansonsten ist eigentlich okay. Wie gesagt, das Einzige, was mir wirklich sehr, sehr bitter aufstößt bei diesem Patch, ist das mit der Suppression und, jetzt kommt noch ein Punkt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, auch wenn man nicht suppressed ist, dass man, dass der Bullet Spread an sich ein bisschen höher ist und auch die Hit Detection irgendwie anders da. Ich habe auch den ganzen Morgen, um das mal auszuprobieren, weil viele Leute sagen ja immer, hey, wenn du eine Dauerfeuer drauf schießt, dann kann das ja mit Treffen nichts werden. Ich habe mit der AN-94 gespielt heute Morgen, mit Retort, Griff und abwechselnd Heavy Barrel und, ähm, Schalldampfer, ich weiß es nicht, mit Heavy Barrel und Retort und Griff auf jeden Fall und die hat dann so ein Zweier-Burst, der sehr, sehr genau ist und man muss ganz ehrlich sagen, es gab sehr viele Situationen, wo ich gesagt hätte, das wäre vor dem Patch ein 100% Treffer gewesen, die gingen vorbei. Ich weiß nicht, ob es dazu schon Analysen gibt, ich habe von ganz vielen Spielern gehört, die sagen, boah, die Gegner halten jetzt unglaublich viel aus, ja, und man trifft auch die Gegner nicht mehr richtig, wenn sie rennen und sowas. das ist alles und natürlich auf der PS3 ist es extrem schlimm, habe ich selbst gemerkt, das kommt noch, das Input-Lag dabei und so, das kann man, ist alles sehr, sehr schwierig zu kontrollieren, ähm, also irgendwas haben sie da auf jeden Fall gemacht, die Waffen selbst, wenn man dann trifft, machen wohl keinen unterschiedlichen Schaden, es klingelt das Telefon, im Vergleich zu früher, allerdings ist das Feeling der Waffen und das Feeling vom Gameplay und vom Ablauf her ist anders da, es ist anders da, und ob man mit einem Patch das Spielgefühl so großartig verändern sollte, wie es dieser Patch gemacht hat, ist hochfra- ist, äh, ist, äh, was wollte ich jetzt sagen, ist hochgradig fraglich, ob man das machen sollte. Also ich finde eigentlich, dass man einen Patch das Spielgefühl verfeinern sollte, aber nicht grundsätzlich ändern und das hat dieser Patch gemacht, in manchen Bereichen absolut Gamebreaking für mich, das ist ein sehr schönes Wort, da stehe ich total drauf, ähm, was ich gut finde, ist schneller aufstehen und schneller Waffen wechseln, super Geschichte, sage ich gar nichts dagegen, aber in vielen Bereichen ist dieser Patch überhaupt nicht das, man hat gesehen davon, dass viele Sachen noch total verbuggt sind, wie die Heatseekers, ist überhaupt nicht das, was sich viele erhofft haben, ich mir ehrlich gesagt auch nicht, da geht viel zu weit in manchen, in manchen Bereichen und schreibt mir doch mal unten rein, was ihr zu diesem Patch denkt, es ist sehr gespalten, ich sag mal so, Forum, was sie so schreiben, im Gefühl, würde ich sagen, 80% finden den Patch eher schlecht, 20% finden den Patch eher gut, mal gucken, wie das bei mir in den Kommentaren ausschaut und ich sag mal so, ja, in your face, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.